Ja, das ist der hellste Wahnsinn und das habe ich in dem Ausmaß auch noch nie erlebt. Das Interview mit der Jungen Freiheit mit Moritz Schwarz hat innerhalb von 11 Tagen auf YouTube 400.000 Klicks. Und jede Stunde wird's mehr. Also ich gucke natürlich manchmal auch bei den anderen Interviews oder bei den Gottesdiensten und Vorträgen, die auf YouTube sind, immer mal wieder ins Internet rein oder gucke bei mir auf dem Handy, wie hat sich die Klickzahl gesteigert. Aber das ist ja manchmal, war ich ja noch nicht mal kurz im Keller oder am Briefkasten und gehe wieder hoch, dann sind es wieder 2000 mehr. Also ich bin da hin und weg, kann ich nur sagen. Und ich merke das auch an der Auflage meiner Bücher und vor allem des neuen Buches. Das ist ja regelmäßig ausverkauft, nach wenigen Stunden schon, weil die Leute darauf natürlich reagieren. Also erstmal all die, die das geklickt haben und mir jetzt zu hören, ja, herzlichen Glückwunsch für Sie. Sie sind also auf der richtigen Welle oder auf der rechten Straße, wie ich als Christ natürlich aus der Bibel weiß, wo ich ja weiß, Herr zeige uns den rechten Weg. Also lassen Sie sich nicht irritieren. Nur manche haben das noch nicht begriffen. Also ich habe mir natürlich mal die Kommentare angeguckt bei YouTube. Also manchmal brauche ich das auch, wenn man so ein bisschen depressive Stimmung hat. Dann denkt man, wo gibt es einen Stimmungsaufheller? Das ist in den Kommentaren. Und ich kann sagen, die sind manchmal natürlich übertrieben positiv. Manchmal sind sie auch vernichtend negativ. Aber, also ich mache mal hier ein paar Beispiele. Liebe Frau Hildebrandt, erstmal vielen Dank. Sie sind natürlich sehr klug und haben alles richtig erkannt. Aber Politiker? Niemals. Ich bin seit über 50 Jahren ja Journalist. Das heißt, immer auf der anderen Seite. Und ich bin, das könnte ich jetzt hier ausplaudern, von diversen Parteien. Sie werden sich überraschen sogar von welchem, wo Sie sagen, da passt der Peter Hane gar nicht zu. Immer schon gefragt worden. Sie kriegen einen Wahlkreis. Ich bin der Überzeugung, nach meinen Auftritten jetzt in Greifswald und Bautzen vor ein paar Tagen, wo ja die Hallen überfüllt waren. Und es waren teilweise mehr Leute draußen als drinnen, weil so viele kamen. Da würde ich einen Wahlkreis gewinnen. Aber ich würde das niemals im Leben machen, liebe Frau Hildebrandt. Nicht früher habe ich immer gesagt, wenn ich dann Politiker wäre, muss ich in dem System ja auch lügen können. Zumindest die Wahrheit verschweigen. Und ich müsste um Stimmen und Stimmungen kämpfen. Inzwischen stimmt das Argument nicht mehr. Denn die Journalisten und der Journalismus haben sich als viel schlimmer entwickelt. Was also Fake News und sowas angeht. Also vielen Dank fürs Kompliment. Aber mit Politik habe ich viel im Hut, wenn ich es hinterfrage und kommentiere, aber nicht mache. So, Frank Boden 1 schreibt, mich würde etwas interessieren. Wenn Herr Hahne noch beim Fernsehen angestellt wäre, würde er dann genauso reden? Also ich bin ja nicht schizophren. Ich habe immer meine Meinung gesagt, allerdings dort, wo sie hingehört. Ich war ja lange Zeit der Enkerman bei Heute und Heute-Journal. Da gehört die persönliche Meinung nicht hin. Aber in meiner Zeit hier in Berlin, vor allem in der Talkshow die letzten sieben Jahre, war das natürlich etwas anderes. Da konnte man auch seine eigene Meinung einfließen lassen. Aber ich habe seitdem ich beim Radio und Fernsehen bin, ja meine Bücher geschrieben. Ein Buch in den 70er Jahren, also voriges Jahrtausend war das schon, die Macht der Manipulation. Wenn man das heute nochmal antiquarisch kriegt und liest, stellen Sie fest, ich habe da Sachen gesagt, für die würden Sie heute eingesperrt. Oder in dem Buch Schluss mit Lustig, was das meistverkaufte Buch des Jahres 2005 war, also amtlich vom Börsenverein des Buchhandels festgestellt, 2005. Das war quasi eine Entzauberung von Fernsehen, von Medien, von Politik. Aber das hatte einen Unterschied zu heute. Damals war das eine ganz normal zulässige Meinungsäußerung. Das heißt, die haben zwar gesagt, der Hane ist da rechts oder konservativ und viel zu christlich und sowas alles, aber es gehört zum Meinungsspektrum. Dass das heute anders ist, ist ein Alarmsignal. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mich nicht getraut habe, meine Meinung zu sagen. Nein, ich habe sie immer gesagt und Sie werden lachen. Ich war sogar früher noch schärfer, als ich heute bin. Also, ich habe mir da in diesem Punkt nichts vorzuwerfen. So, jetzt kommt Tamino, was für ein schöner Name, was ist aus diesem einstmals renommierten Moderator geworden? Unfassbar! Irgendwo falsch abgebogen und in den Gegenverkehr geraten. Das sind Stimmen, die immer wieder kommen. Sie kommen auch aus dem Lager meiner ehemaligen Freunde. Man kann das ja alles feststellen. Ich muss ja nur einen Studenten, der sich heute Studierender nennen würde, dransetzen für ein paar Euro, der mir genau feststellt aus all diesen Kommentaren, dass es immer wieder die gleichen Leute sind und aus welcher Ecke die kommen. Da mache ich mir überhaupt nichts vor. Ja, ich sei also falsch abgebogen. Da kann ich nur sagen, es ist wie bei den Geisterfahrern, wo ich mich frage, bin ich als Geisterfahrer in der falschen Richtung oder alle, die mir entgegenkommen? Also, die gesamte Meinung haben sich geändert. Das ganze Spektrum hat sich geändert, sodass man langsam denkt, ich wäre in meiner Haltung, die ich immer hatte, abgebogen. Ich bin ja gar nicht abgebogen. Also, abgebogen sind die, die heute meinen, dass man das alles so nicht mehr sagen soll. Also, da komme ich nochmal als Christ dazu. Ich finde das ja alles so herrlich, wenn man die Bibel liest, beziehungsweise die deutsche Sprache ernst nimmt. Man wirft mir ja vor rechts. Also, rechts ist eigentlich immer im deutschen Sprachgebrauch das Gute und das Richtige, dass man suchen soll und gerade als Christ, nicht, Herr, zeige mir den rechten Weg. Und deswegen bin ich also nicht im Gegenverkehr gelandet, sondern fahre weiterhin auf den Gleisen, die ich immer hatte. Und bin aber dankbar auch für diese Kritik, weil da denken die Leute ja erst nach. Die Jubelgeschichten hakt man ab. Aber hier überlegt sich mancher, stimmt das eigentlich bei dem Hane? Und ich glaube, es stimmt nicht. So, Herbert Marzineck. Wie weit ist es mit mir gekommen, dass ich anfange, diesen Mann zu mögen? Ja, das ist also, das kommt jetzt immer mehr. Ja, es kommen bei den großen Veranstaltungen, ich habe immer mehr Leute auf mich zu und sagen, wir fanden sie ja eigentlich früher ganz schrecklich. Unter, also verschiedenste Gründe hatte das. Aber die hatten zu mir überhaupt keine Beziehung irgendwie. Und es gibt jetzt immer mehr, die dieses sagen, meine Güte, der spricht ja eigentlich aus, was wir auch denken und was wir wollen. Und, ähm, tja, so ist es eben mal. Also, solche Kommentare liebe ich natürlich. Ich bin ja, mich übertrifft ja an Bescheidenheit und Demut niemand. Äh, nein, ich freue mich darüber, wenn da ein bisschen Jubel ist. So, Michael Hane, was es alles gibt. Wow, ein super Interview, absolut klasse. Ich freue mich schon sehr auf das Buch. Also, hier ist es, ich hoffe, Sie haben eine Buchhandlung, die dieses Buch noch hat. Es ist ja irgendwie irre. Die Bücher gibt es eigentlich nur immer vorrätig bei gut sortierten Online-Shops. Also, zum Beispiel Junge Freiheit. Die haben sich rechtzeitig ein paar tausend reserviert. Also, es ist irre, wenn ich hier in den Keller komme, wo hier dieses Studio ist. Ich bin übrigens hier nicht festgewachsen bei der Jungen Freiheit, sondern ich kann vom Frühstück durchs Fenster ins Fenster der Redaktion gucken, weil ich hier gleich nebenan bin. Also, ich sehe immer, ob die auch für ihr Abonnementgeld, was sie ja bezahlen hoffentlich, weil sie es abonniert haben, dass die auch was tun, die Jungs und Mädels hier. Ich bin also sozusagen der Nachbar, deswegen bin ich denn öfter mal hier in diesem Studio. Also, die haben sich rechtzeitig ein paar tausend Bücher organisiert und können wunderbar liefern. Es gibt auch andere Online-Shops noch bei Tichy oder Reitschuster oder Achse des Guten und alles mögliche. Ganz wunderbar. Manche Buchhandlungen haben nicht begriffen, dass das ein Erfolg werden könnte. Also, von Null auf Platz Eins. Und jetzt verrate ich Ihnen mal was. Und jetzt, daran wird sich in der nächsten Woche nichts ändern. Und ich sehe schon, wie die Sauerstoffzelte überall hingeliefert werden, die Beatmungsgeräte. Weil man das ja nicht fassen kann, dass so ein dummes Zeug aus dem Gegenverkehr, wo Hane falsch abgebogen ist, so einen Erfolg hat. Also, freuen Sie sich auf das Buch und das nicht nur, weil ich denselben Nachnamen habe. Das ist natürlich ganz toll. Also, es gibt Leute, wenn die meinen Namen hören, kriegen die schon Pickel. Die lesen schon gar nichts mehr. Der Name ist schon kontaminiert. Das Irre ist, dass selbst große Buchhandlungsketten, die diese Pickel kriegen, bei meinem Namen, das Buch jetzt neben der Kasse platzieren. Warum? Pecunia non OLED, sagt der Lateiner. Geld stinkt nicht. Mit diesem furchtbaren Hane kann man sogar Geld verdienen. Also, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit dem Buchreport sagte, wenn Hane ein neues Buch ankündigt, dann atmet der Buchhandel auf. Also, lieber Herr Hane, Michael Hane, wunderbar. Den Namen gibt es nämlich nicht so oft. Also, ich freue mich, vielleicht sind wir ja auch irgendwie weitläufig verwandt. Ich habe übrigens zunehmend Post, wo Leute mir schreiben, der Opa kommt von da und da, die Oma kommt von da und da, der Urgroßvater war da und da. Sind wir denn miteinander verwandt? Also, plötzlich wollen die Leute mit mir verwandt sein. Ist das nicht herrlich? So, jetzt gibt es noch eine Reaktion. Herr Hane sagt, was fast alle Menschen denken. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Nicht, weil sie mir dann nach dem Munde reden oder so, sondern, dass sich etwas tut in unserem Land. Wenn sie einfach nur aktiv und engagiert werden und bleiben, dann ist alles gewonnen. Da hat sich auch meine Arbeit gelohnt. Andreas Dietz. Das Buch sollte so mancher Politiker mal lesen und begreifen. Sie werden lachen. Ich bin der Überzeugung, sie lesen es alle. Ich habe ja zu Ratzinger, also Papst Benedikt, über ihn mal gesagt, er ist mein intelligentester Leser. Ich weiß, wer alles meine Bücher liest. Und es sind viele, die sich natürlich nicht dazu bekennen. Also, früher war ich mal der einzig bekennende Bild-Zeitungsleser. Ich habe mich immer dazu bekannt. Und ich sehe dann in der ersten Klasse im ICE oder meinetwegen bei Business im Flugzeug, da sitzen sie mit der FAZ und haben da drin die Bild-Zeitung. Weil sie Angst haben, so ein bisschen zu Boulevard. Das ist wie bei der Linnenstraße. Das war ja eine letztlich ganz furchtbare Serie, aber die den Zeitgeist widerspiegelte. Keiner hat sich dazu bekannt und die hatten zu Anfang 10 Millionen Einschaltquote. Also, insofern ist das alles ganz wunderbar. Ja, es stimmt, sie lesen es. Allein schon mit der Frage, kommen wir da drin vor? Und kommen wir dabei schlecht weg? Ich habe ja den CDU-Generalsekretär Carsten Lindemann, als ich den hier traf, gesagt, übrigens, Herr Lindemann, Sie kommen in meinem Buch vor. Also, so eine kleine Vorwarnung. Also, es gibt ja diese Warnungen jetzt überall, wenn Otto Fernsehen auftritt oder Heino oder so, Harald Schmidt. Da gibt es denn vorweg eine Warnung, wissen Sie? Denn das Volk ist ja anscheinend so dumm, dass es das selber nicht merkt, dass da Sachen drin vorkommen, die man vielleicht so heute nicht mehr sagen wird. Also, ich mache die Vorwarnungen immer und freue mich aber, dass Sie dann sagen, hoffentlich begreifen Sie das. Also, wenn Sie es begreifen würden, was ich schreibe, und danach handeln, hätten wir innerhalb von drei Stunden ein völlig anderes, schönes Land. So, Weberin, Herr Hane sollte als Lektor für inkompetente Regierungsmitglieder arbeiten und unsere unfähigen Regierungsmitglieder gezwungen werden, teilzunehmen. Ihr Wort in Gottes Ohr. Ich glaube, es ist Hopfen und Malz verloren. Die sind so geblendet von ihrer eigenen Ideologie und glauben ja, sie seien kompetent. Sie fälschen ja notfalls ihre Lebensläufe. Also, angeblich ist Frau Baerbock ja in Harvard gewesen und was nicht alles. Die ist da mal kurz beim Förtner vorbeigegangen und erklärt dann, sie hätte in Harvard studiert. Und sie kommt ja auch vom Völkerrecht. Gleichzeitig erklärt sie Putin den Krieg. Also, es ist alles so absurd, so absurd. Also, als Lektor für inkompetente Regierungsmitglieder, ich meine, wir können es ja mal versuchen. Ich behaupte allerdings, dass das nicht funktioniert. Also, aber trotzdem, vielen Dank und dann habe ich jetzt noch eine. Dann ist aber hier Schluss mit lustig. Barbara Clois, Cloa oder wie auch immer. Herr Peter Hane, das, was sie sagen, ist so wahr. Sie reden uns aus dem Herzen, ist auch gleich ein Herz eingezeichnet. Möge sie der liebe Gott weiterführen und segnen. Bleiben sie so mutig und klug, wie sie sind. Also, da kann ich jetzt noch mal sagen, wenn mir jetzt einer, auch bei den Veranstaltungen, die ich gerade hatte, riesige Kundgebung in Bautzen oder Greifswald, zu mir kommt, ein Autogramm oder was auch immer, und dann sagen sie, Gott segne sie oder wir beten für sie. Und das mag vielleicht für manche, die das jetzt hören, ein bisschen absurd klingen. Aber, ich säße jetzt nicht hier an diesem Tisch und wäre so fröhlich, wenn ich nicht wüsste, dass viele Leute im Land für mich beten. Das ist, das macht einen auch demütig. Nicht ich mache das hier. Oder, ich gebe ja heute die Mittel, wie man dann, die Regierung empfiehlt, Cannabis. Ich könnte auch Wodka jede Stunde trinken oder was auch immer, um das überhaupt hier zu überleben, was sich hier tut. Aber ich weiß, dass eben etwas da ist, was höher ist als alle menschliche Vernunft. Und der SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel, den ich ja auch in meinem Buch zitiere, der sagte mir kurz vor seinem Tod, ach, hätte ich doch eher an Jesus geglaubt, dann wäre mir vieles erspart geblieben. Da ist etwas dran. Und deswegen danke ich Ihnen, dass Sie hier schreiben, dass Gott mich weiterführt und segnet. Bleiben Sie mutig und klug, wie Sie sind. Also, großes Kompliment. Das ist ganz toll. Ich freue mich, dass Sie reagieren. Machen Sie das ruhig weiter, ganz fröhlich. Ich freue mich daran. Auch über die Verrisse. Wenn es die jetzt nicht gäbe zu meinem Buch. Der Stern bezeichnet mich vor ein paar Tagen. Hane kann Wunder tun. Das hat doch nie einer gesagt zu mir. Erstes Wunder. Hane ist als alter, weißer Mann auf die Welt gekommen. Das ist doch super. Das muss man erst mal hinkriegen. Glückwunsch an meine Eltern. Ich war immer alt und immer weiß. Und immer ein Mann. Ja, das darf man heute auch nicht mehr sagen. Und das zweite Wunder, dass Hane es fertig bringt, alle Auflagenrekorde zu knacken. Und das dritte Wunder, dass es immer mehr Menschen gibt, die so bekloppt sind, das auch noch zu kaufen. Ich beglückwünsche sie, dass sie so bekloppt sind und das auch noch kaufen, denn sie bestätigen ja das Wunder. Und ich sage Ihnen jetzt ein anderes Wunder. Der Stern hat das Wunder fertig gebracht, uns gefälschte Bücher als Original-Tagebücher von Adolf zu verkaufen. Erinnern Sie sich noch? Das war doch ein richtiges Wunder. Und der Stern hat es fertig gebracht. Innerhalb von 20 Jahren die Auflage um 78 Prozent zu reduzieren. Das müssen Sie erst mal hinkriegen. 78 Prozent der Auflage verlieren, während der alte weiße Mann, der ja schon so geboren ist, seine Auflagen verzehnfacht, verhundertfacht, vertausendfacht. Und letztlich auch die Klickzahlen hier im JF-Interview. Das ist doch wohl ein Wunder. In zehn Tagen auf 400.000 Klicks. Und es werden ja in diesen Minuten, wo Sie uns hören, schon wieder mehr. Also in diesem Sinne bleiben wir fröhlich.